Das ist meine Fingerpfiegel hier... Ich komme gar nicht mehr bis hier into die Buch... Geht dir das ähnlich? Nein, ich habe letztens eigentlich mit einem anderen Spiel... Aber ich habe wieder... Änderungen gespeichert. Wir spielen Smash... Jeder mal kurz A drücken. Ich bin blau. Ah ja, ich bin rot. Jetzt sucht man sich hier ein Figürchen aus. ich nehme mal joshi also die der sprecher james pikachu und dann einmal in die mitte einer wir machen zuvor stages mit gegenständen und donkey kong classic stage probieren hier genau das war ja gut hier bin ich ich bin du hast mich gefressen ich weiß ich bin rausgesprungen ja ja komm ach so ja genau ganz kurz dazu also bei dem spiel geht es darum siehst unten die prozentbalken immer wenn du jemandem was aus dem maul gibst steigt diese prozentbalken an und wenn du so bei hundert prozent bist ist es relativ einfach sozusagen dich dich raus zu katapultieren also ziel ist es die anderen aus der arena raus zu katapultieren also wieder auf diese scheiß flamme geflogen ich kann schon wieder alter was denn jetzt los weißt du es gerade tischi weiß ich nicht wahrscheinlich ich drücke nur ich weiß es wie letztes mal die stage ist aber auch scheiße ich mag die nicht ich bin schon wieder auf dieser scheiß flamme rausgeflogen das ist das gefühl das ist immer noch hier seitdem ich bin glaube ich erst einmal rausgeflogen du hast gewonnen oder sonic unfassbar ich glaube das ist ein spiel was mir spaß macht ich bin immer ein dritter geworden röbersong sagt ich bin ehrlich gesagt faszinierter von connies shirt als vom spiel die shirts von pechel und heiner erkenne ich kaum der derby ich habe immer nackte frauen auf mein t shirt ja 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 heiner muss aber ich bin bereit für den nächsten kampf also ich nehme nicht mehr joshi joshi ist scheiße dabei habe ich bin ich so großer joshi-fan ich nehme zero suit samus zero suit glöppchen das ist denn da unten was guckst du denn da schon ist es der schaden noch nie ich wollte letztes mal hatte ich die ganze zeit gebraucht dass ich hinken und hab dann link nicht genommen sind doch tun link nein ach so war das alles gut also ich habe schon du auch was oder hast du schon gewählt ja ja ich hatte schon gewählt ach die oh die stage ist geil die bockt richtig da warte ich immer auf brad hittmann hart jetzt löse ich hier ganz schön ab ich auch das ist eine scheiße ach so da bin ich auch na im ernst ich habe gerade nie an ich dachte ich bin hier ok und jetzt jetzt stehe ich ja oben drauf ach so das geht anscheinend auch noch jetzt habe ich das nicht alter bist du verrückt ich glaube ich habe dich gerade erledigt oder mich auch was ist da denn los nein nicht schon wieder A ha 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 jetzt bin ich auch was ich habe das nicht übelst entscheidend bekommen wegen um den steppen ne klar Jetzt bin ich in der Mitte, das ist immer scheiße. Das ist kacke, gell? Entschuldigung, ich hab verloren. Na, Conny, bist du überhaupt noch rausgeflogen? Ja, einmal, ich hab den Conny auch rausgeschmissen. Das ist bitter. Ach doch, ich hab gewonnen. Was ist da nur los? Hä? Wieso? Ich fand mich eigentlich nicht schlecht. Bist du wieder letzter geworden? Ja. Ich nehm nochmal Link. Ich fand das so gut. So, dann bleiben wir dabei. Dann machen wir direkt ein Rematch. Das ist doch gelogen. Das musst du ja drücken. Einfach A. Ich müsste es einfach öfter spielen. Das verschissene Scheißspiel. Ne, Flips? Anscheinend bin ich echt gut da drin. Ja, toll. Wir bleiben doch alle beim Alten, ne? Zufallsbrücke von Eldin aus Zelda. Die gab es aber nicht in Ocarina. GC Gamecast Hardcore-Geklick gehört sich zu geil an. Danke. Ich nehm das mal als Kompliment. Also wie macht er jetzt andere Moves bei mir? Achso, das liss ich auch warum. Und jetzt bin ich runtergefallen. Was soll denn der Scheiß? Ich kann die gerade nicht rausgeschmissen. Achso, jetzt bin ich auch hier mal. Ich muss da vom Rand weg. Dreh dich um. Jetzt mag ich den nicht mehr. So gefällt mir das. Ja, okay, das funktioniert so nicht hier. Ja, shit. Ist das 1-1-1 eigentlich jetzt? Ne, ich glaube schon minus 17 oder noch. Aber springen. Nein. Ey, jetzt hat mich dieses Scheiß-Rino zerrüstet. Ich bin schon 700 Mal hier und bin jetzt direkt wieder runtergefallen, als ich wieder neu gespawnt habe. Ich würde mal sagen, ich habe schon wieder mit viel, vielen Abstand verloren. Das Spiel macht keinen Spaß, ich mag das Spiel nicht. Vor allem guckst du mir diesen geilen Applaus an. Super. Guck mal, ich bin gerade einmal gestorben. Die drei niedlich beherrschen sich bestimmt wegen Floppy. Nein. Floppy schläft hier, hat ihren Kopf auf meinem Bein, die niedliche ist. Drücke auf den Scheiß-Knopf. Ist doch gut. Die Mischung ist vorbei jetzt. Sollen noch die Nachbarn kommen. Also ich habe jetzt keinen Bock mehr aufs Ido Sud-Arsch-Knopf. Denken wir auch nicht auf den Gegendissen-Arsch. Ich nehme was anderes weg da. Ich nehme normal Samus. Ne Samen. Ich nehme mal Toomling. Mal gucken, was der kann. Welche Farbe in der schwarzen. Oh, guck mal, wie er aussieht. Ich könnte ja mal wieder Pummel-Luft nehmen. Das hat doch letztes Mal so gut funktioniert. Da wurde ich ja auch gefordert schon. Ja, dann nehme ich wieder Pummel-Luft. Peggy und Pummel-Luft. Ich nehme Toom, bist du auch fertig? Du nimmst Rob, oder? Du kannst mit Pummel-Luft original gar nichts machen. Wenn du springst und landest, dann bleibt es erst mal stehen. Hier ist ein Mist. Der Hyrule-Tempel. Ist auch geil. Ach, Fläppchen, bist du komplett knallt? Fertig, oder was? Wo sind wir denn? Ach Gott, Link in Rot, ey. Wo gibt es denn sowas? Könnte ich hier auch mitrufen? Diese und Pummel-Luft macht erst mal gar nichts. Boah, das ist ein geiler Move. Ich glaube, ich mag Toon Link, aber ich mag halt die Figur Toon Link und so. Und Pummel auf Wart. Das ist so geil. Das ist einfach so geil. Ja, aber ich bin jetzt aber taub. Äh, taub. Äh, schlafe. Jetzt schlägt Pummel. Ich verstehe dieses... Boah, jetzt aber. Hihihi. Ha, 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 jetzt bist du aber nicht falsch. Ich habe ihn runtergeschmissen. Mit Pummel-Luft. Hihihi. Oh, jetzt geht es aber los. Jetzt ist so rockig mit Pummel-Luft hier aber voll wie gut, Alter. Die Gräts ist jetzt der... Was machst denn du? Ich habe es einfach mal gegriffen. Warum? Dann habe ich das kein... Ich habe keine Ahnung, was das für ein Move war, aber es war gut. Oh ja, richtig. Ich komme da nicht hoch. Das ist viel Scheiße hier, der Roboter. Nein, nein. Ach Gott sei Dank. Oh, jetzt werde ich hier bestimmt schön abgenutzt haben. Obwohl... Bist du einmal runtergefallen, Conny? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Pummel-Luft. Aber es ist unentschieden. Das ist doch unfassbar. Also ich habe noch kein einziges Mal mit meinem Pro-Controller eine Runde gewonnen. Ich stehe auf Pummel-Luft. Ich nehme nochmal Pummel-Luft. Ich bleibe auch bei Toon Link. Ich weiß noch nicht, wann Pummel-Luft singt und nicht singt und schläft und landet, aber es ist mir scheißegal. Es funktioniert einfach großartig. Eigentlich müsste es die Gegner in den Schlaf singen und dann den Stift rausholen und fertig machen. Weißt du, wie pervers das klingt? Den Stift rausholen. Die Leute passen sich langsam unserem Niveau an. So sieht es aus. Ich nehme mal hier Kuiatsu. Ja. Wer ist das? Keine Ahnung. Ah ja, klar Kuiatsu. Geiler Char, ey. Habe ich damals auch nie gespielt. Uff, was macht denn der App? Der springt ja hier übelst. Nein. Pummel-Luft. Pummel-Luft. Was ist denn hier los? Na. Pummel-Luft. Nein, ich bin auch runtergefallen. Pummel-Luft. Das ist eine, auch eine. Huch, das habe ich mich, glaube ich, selbst umgebracht. Ich habe Pokémon oder sowas reingeworfen und bin schon wieder gestorben. Ich aber auch. Oh fuck. Das ist jetzt gerade nicht so richtig durch. Ich auch nicht. Ich habe einen Hut auf, also eine Blume. Jetzt schlägt Pummel, bitte. Jetzt senkt Pummel. Jetzt passierte gerade gar nichts irgendwie so. Jetzt. Okay. Also ich weiß zwar nicht, wie ich diese Tastenkombination drücke, aber... Ich bin klar. Wo bin ich denn hier? Ich komme wieder zurück, oder? Wo bin ich denn? Ach, da oben. Da sind ja auch ganz schön Mehl gehabt. Jetzt habe ich wohl nicht gewonnen. Aber ich könnte gewonnen haben. Du kannst gewonnen haben, ja. Toon Link. Das ist hier dieses Schiff. Oh, Zweiter. Na, ich bin öfters mal gestorben. Das ist ganz schön beschissene Figur. Die nehmen wir jetzt nicht mehr. Wie sie es auch auf mich. Das ist gelangen halt, das applaudiert. Das ist schon sehr nett. Das ist Toon Link auch einfach mal am Popo kratzt, wenn es dort sitzt. Drücke auf den Knopf. Die verstehen aber auch nur das, was sie wollen. Wegen dem Stift. Also wenn Pummeluf schläft und dann angegriffen wird, soll der Angreifer davon Schaden nehmen. Ach so. Aber ich kenne die Tastenkombination, die Pummeluf zum Schlafen bringen. Das ist immer Zufall. Geluggerack. Oh, Little Mac war glaube ich auch ganz geil. Lange lebe Punch-Out. Geiles Spiel. Geiles Spiel. Habe ich in Graz und habe auch auf dem Tablet gespielt, im Emulator. Super Punch-Out. Gegen Mike Tyson. We fit through you. Nee, Mike Tyson ist im Alten. Wo bin ich denn? Ah ja. Mit diesem Spiegel, das ist ein bisschen verwirrend, oder? Alter. Hallo. Lass doch mal das kleine Kind in Ruhe. Okay. Wieso fahrt nicht hoch? Warum fahr ich nicht? Da sterb ich bestimmt. Gang und Ort ist scheiße. Ja, ich finde ihn auch scheiße, muss ich sagen. Super. Oh, was war das? Wie ein Wichser. Umzüge. Warum fliege ich ihn hoch? Warum ist denn der jetzt hochgeflogen? Klar, Alter. Hallo. Geht es euch noch gut, oder was? Alter, hallo. Wer macht denn hier Feuer? Warum brenne ich denn? Das bin ich. Hör auf damit. Ich brenne. Spring. Klar, Alter. Klar, Alter. Ist es so schön? Ich brenne. Nein, nee. Nein, nee. Na klar, Alter. Ja, was schweiße ich denn da durch die Gegend, ey? Ich brenne. Alter, ey. Was ist da nur los, ey? Warum fliege ich denn hoch und sterbe? Ich habe das mal überlebt. Uh, also stand irgendwie K.O. drunter. Ah, ja. Little Mac. Little Mac. Ich muss das Wetter geworden sein, ne? Ja, ich muss das Dritte geworden sein. Wie das klackert, einfach mal alle Tasten drücken. Nein, das ist perfektionistisches, äh, draufklicken bei Little Mac. Das ist perfektionistisches, einfach mal alle Tasten drücken. Ja. Aber wir sind gleich fertig, keine Angst. Ihr habt es gleich geschafft. Schön nach Hause. Ich bleibe bei Little Mac, aber mit ein bisschen anderen Farben hier. Wie irgendwas anderes. Oh, das ist geil. Guck dich das mal an. Was? Die, was ich für Outfits habe. Also bitte, was besser ist, als dieses pinkfarbene Ding bekomme ich heute. Wie kann ich das auswählen? Äh, mit R, äh, 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 äh. Also ich sag mal so, wenn man weiß, was man bei dem Spiel macht, kann das sicherlich ein toller Titel werden. Ja, wenn man weiß, was man macht, dann hat man da auch Vorteile. Aber das ist halt auch der, aber der Vorteil an dem Spiel ist, dass halt jeder spielen kann, weil du einfach drauf losdrückst. Das geht bei Street Fighter nicht so weit. Nimmst du die Wii Fit Trainerin und kannst auch einen Trainer nehmen. Keine Ahnung. Du nimmst den Wii Fit Trainer. Ist das geil? Nö. Keine Ahnung. Wii Fit ist doch hier die Kette. Hast du noch nie gespielt mit dem? Nee. Wobei, doch, ich hab alle mal durchgetestet, aber definitiv nicht so. Alles klar. Na klar. Das Lustige ist... Nein, 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 nein. Was steht da? Was heißt das? Nee. Ich mach jetzt noch nur ein Movie und ziehe ich voll, voll. Jetzt versuche ich mal zu greifen und siehst du, schon wird's komisch. Ich kann ja einen Ball wegschlagen wie beim Volleyball. Der war stark. Hast du gesehen, wie ich dir da schön in die Fresse? Ja, 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 ja. Oh, nee, ich kotze. Was ist denn da nur los? Nein. Nein, jetzt stütze ich da einfach runter. Ich depp. Nein. Nein. Ah ja. Ah ja, mhm. Hm, hm. Wie fit drin kann er sie hier? Der schwebt hier ganz schön rum, doch wie viel Träner? Ja, das ist ja alles Pilatus. Nein, nein, scheiße. Stimmt verloren. Parcenmove und dann Suizid, das nenne ich direkt. Oh, Pac-Man, Pac-Man. Gut, ich geh wieder zu dem, zu dem ich vorhin am besten konnte. Kodaki sagt, Alter, der Yoga-Typ. Danke, Kodaki. Pac-Man ist doch irgendwie unheimlich. Schreibt doch immer, Song X. Helena Pixel und Smiley. Und dann geht's weiter. Was war das? Oh, da wird oben was verschoben. Oder unten. Ist das eine Beschwerde? Weiß ich gar nicht, wenn wir sehen. So. Hm. Oh, Fox. El Fertsch? Ja. In Schwarz. So, machen wir mal letzte Runde jetzt. Ja, letzte. Dann streamen vorbei. Genießt es. Genau. Die letzten Sekunden eures Lebens. Na klar. Tolles Date. Freu mich jetzt schon. Warum scheißt der eigentlich Hydranten? Nein. Nein. Was ist denn da los? Wo bin ich denn? Na super. Ich sag doch, wo bin ich denn und dann passiert so ne Scheiß. Warum bin ich jetzt runtergefallen? Mach einfach mal die Allesbrücken, danke dir. Das funktioniert auch nicht. Warum, kann mir mal jemand erklären, warum Pac-Man Hydranten scheißt? Weil das anscheinend cool ist. Boah, ich bin super Pac-Man oder was? Iron Pac-Man. Was bin ich denn hier? Wenn wir jetzt alle Iron irgendwas... Nee. Nein, Pac-Man, komm zurück! Boah, ich verpasse euch hier ständig echt. Das gibt's doch mal nicht hier. Nein. Oh, da hättest du mich fast noch rausgekickt. Mhm. Seid ihr zweimal gestorben? Du hast auf jeden Fall gewonnen. Ja. Es war ein schöneres Spiel. Sieger war wieder dritter geworden. Ich hab aber auch Koch-Handtür an. Und ich hab mit Dranken geschissen. Oh Mann. Ach, schön war's. Macht's gut, ihr Lieben. Hallo. Gerne wieder. Das reicht. Das reicht. Abonniert mich für den Bettchen scheiß Kaffee. Ja. Ja. Ja.